ja hallo liebe kunden unser preisupdate jetzt ostern steht vor der tür wir fangen mal hier vorne an bei mustafa lehelalfleischtheke tolle sachen hat er hier heute ein bisschen zu ostern osterlämmer ja wirklich das ist richtig tolle leckere leckere lammkeule lammschulter beides 12,99 das kilo lammrücken 16,99 lamm rippen also rücken hier lamm rippen für 10,99 hier hat er den lammkoteletts für 18,99 richtig was feines schmeckt richtig gut zu ramadan und auch zu ostern natürlich schaut leute schaut euch das mal an leckeres rindfleisch richtig leckeres rindfleisch haben wir hier so das ist auch was das ist doch mal ein stück das kommt jetzt auf unsere kamera nicht so gut an ja hol das mal hoch mustafa hallo ja schaut mal leute das ist was also wetter wird wetter wird bombig ja also auf den smoker genau das sind stücke was kostet das ganze stück was war das 2,50 juli deutsche fersel das rinderfilet von der deutschen fersel 30 euro das kilo 35 euro das kilo wunderbar Mega schöne Sachen. Grill anschmeißen, Leute, das Wetter wird geil. Guckt euch das an. Bis 20 Grad soll es werden. Bis 20 Grad. Also brauchst du den Grill gar nicht mehr anschmeißen, das heißt viel noch schon. So, tolle Sachen hier, Leckereien ohne Ende. Oder wenn du sie marinieren möchtest, kannst du auch hier Hähnchen mitnehmen. Schon in den Knochen, also Knochen schon raus. Richtig lecker. Mega Schenkel. Okay, weiter geht's. Wir dürfen uns nicht so lange aufhalten. Obst und Gemüse haben wir natürlich auch viele tolle Angebote. Also Video bis zum Schluss gucken und auch teilen und kommentieren bitte. Komm mit. So, los. Leckere Brote. Zu Ostern mitnehmen so eine 5er Tüte Brötchen, Sesamringe, Fladenbrote, süße Brötchen, alles da. So, und los geht's. Fangen wir bei den Eiern an hier. Ja, das ist. Bunte Eier hast du bekommen. Ja, aber sehr schöne. Richtig schöne. Und Leute, die schmecken, ne? Nicht wie die aus dem Discounter. Die schmecken wirklich gut. Bunte Eier haben wir da. Oder wer auch selber malen will. Genau. Weiße Eier haben wir da, aber die sind nicht gekocht, ne? Na, die sind nicht gekocht, ne? Also. Die sind schon noch gekocht, ja. So, was haben wir denn hier? Bananen, die leckeren vom Onkel Tuka. Oh. So, äh, hier haben wir, was hast du gemacht? Weiter geht's, okay. Äpfel, W-Land ist das hier, 99 Cent das Kilo. Golden Delizios, Reto und Atriens für 99 Cent. Leckere Granatäpfel haben wir da, haben wir einzeln da drüben als Kilo. Oder eine ganze Kiste hier, sind knapp 5 Kilo drinne für 12,99. So, Kiste Clementine habe ich hier, äh, 10 Kilo Kiste für 8,99 Euro. Weintrauben einzeln, ich zeige euch die mal, die haben wir hinten auch noch mal als Kistenangebot. Richtig mega Preis. Kilo für 1,99 oder viereinhalb Kilo Kiste für 5,99 sogar. Murat, was hast du da? Was schönes? Super Blumenkohl, ne? Also, Traum, komm, wir gehen mal gucken. Der ist nämlich richtig, ein Traum Blumenkohl, ne? Hallo Murat. Hallo, schöner Blumenkohl, Stück für 1,79 Euro. Also, mega Köpfe hier wieder, ne? Richtig toller Blumenkohl. Ja, Murat, komm mal her, da ist hier noch. Du hast noch mehr Angebote. Röbersalat hat er hier bekommen, 99 Cent das Stück. So, dann hat er bekommen, Salat, Herzen, so eine Doppelpackung, 99 Cent die Tüte. Paprika, 500 Gramm, so ein Beutel, 1,29 Euro oder zwei Beutel für 2 Euro. So, hier haben wir Tomatotomate. Schaut euch das mal an, ne? Diese richtig leckere, dunkle Tomate. Das Kilo für 1,99 Euro. Brokkoli die Woche für 1,39 Euro, das Stück. Sherrytomaten, 250 Gramm Schale, 99 Cent die Schale oder zwei Schalen, 1,50 Euro. Ich bin jetzt auch ein Kracher hier. Ja, du bist auch ein Kracher hier. So, Schale, Champagne Rosé, tolle Ware, 250 Gramm, 1 Euro die Schale. Oder, wer möchte, so eine ganze Kiste mit 6 Schalen für 4 Euro. Top Preis. So, gehen wir mal hier rüber. Das sind die Weintrauben, von denen ich vorhin erzählt habe. Wird jetzt ein mega lecker, kernlos, richtig was Süßes. 5,99 Euro, 4,5 Kilo. So, Weintrauben, wegen das zu viel ist, haben wir auch hier so eine Mixschale. Ja, das sind 500 Gramm immer drin, 99 Cent die Schale. Am besten hier gleich zwei Schalen mitnehmen. Hoppa, ist das nicht toll? Das ist wie Tana. Also das Kilo Weintrauben, also so eine Schale, 99 Cent. 500 Gramm. So. Achso, Nektarin, Stück 69 Cent oder fünf Stück für 2,50 Euro. Avocados, das Stück für 1 Euro oder drei Stück für 2 Euro. Komm mal, komm mal, komm mal. So, jetzt sehen wir uns mal hier. Leckeren Erdbeeren zeigen. 500 Gramm Schale bei uns, 2,99 Euro. Die sind nicht aus Spanien, die sind aus Griechenland. Wir haben ein bisschen Leersonne gesehen. Richtig lecker. So, und wenn wir schon mal in Griechenland sind, ja, ist es Spargelzeit. Aus Griechenland, müssen wir dazu sagen, weil Oster steht vor der Tür, Spargel hat ganz schön angezogen. Unser Angebot, solange Vorrat reicht, muss ich dazu sagen. 500 Gramm Bunt, 3,79 Euro. Dann haben wir natürlich auch mal ein bisschen deutschen Spargel da, so, dass der Haushalt, der krummgewachsen wird, den für 8,99 Euro das Kilo. So, wir müssen sehen, was wir morgen nochmal kriegen, zum Ostern, ne? Aber wir kriegen bestimmt noch voll angenommen. So, äh, ja, komm mal, komm mal. 5 Kilo Diopos, festkochen, mählich kochen, 2,99 Euro. Die Laura für 2,99 Euro. Dann, Linda haben wir herbekommen, das Preis hier fehlt. Das ist, Robert, was war hier Linda? Linda 2,99 Euro. 2,99 Euro. Ja, alles klar. Sonst haben wir keine Kartoffeln nächstes Jahr. Also, kauf mal, schlag mal zu hier. Was machen wir hier? 50 Prozent. Auf aufgeschriebene Preise. Also, 50 Prozent auf diese Preise nochmal. Was haben wir hier? 2,99 Euro. Ist egal. 1,50 Euro. So, was hatten wir hier gehabt? Diese 1,5 Kilo, das sind die kleinen. Ja. 1,99 Euro oder zwei Säcke für 3 Euro. Das ist ein Mega-Krache ist das. Das ist ein Hauptpreis. So. So. Türksche Gasos, auch türkisches Preis. 6er Flasche, 2,99 Euro. Fühl trinken, richtig was Leckeres. So. 6 Kisten von dem leckersten Apfelsaft. Die letzten 6 Kisten. So. Hiroji, das ist der letzte Rest vom Schützenfest. Ihr wisst, Leute, 4 Beute für 1 Euro. Aber wir haben jetzt noch ungefähr 10 Tage Zeit. Ne, 2. Waren 4 für 2. Was habe ich gesagt? 1. 4 für 1, habe ich gesagt? Ja, dann machen wir es einfach. Achso, das wollten wir doch machen jetzt. Dann machen wir es jetzt, genau. Alles klar. Vorher 2 Euro, 4 Beute. Wir machen jetzt 1 Euro. Und die müssen jetzt dieses Wochenende raus. Wir haben noch 10 Tage Zeit. Also greift zu. So billig wird das nicht nochmal essen. So. Und dann war es das erstmal von mir. Wir drehen jetzt die Kamera, weil da kommt nochmal ein bisschen. Hallo, grüße euch. Leute, schaut, zu Ostern. Wirklich, ich habe aufgebaut hier. Also wir haben Osterbraten. Wir können Grill anmachen. Also jede Menge. Mega Schweinelachse. Wirklich. Allererste Sahne. Also das sind mal ein paar Stücke. Ich habe auch zugesehen, dass ich wirklich große bekomme. 5,49 Euro. Wirklich. Dann haben wir hier Schweinenacken. 5,99 Euro. Wenn das hier mal ausgehen sollte im TK-Bereich haben wir sowas auch da. So. Dann hier unser Kasslertier. Diesen Osterbraten. Sehr schön. Kassler mit Spargel. Auch mal was Schönes. 5,99 Euro. So. Zu Ostern darf sowas nicht fehlen. Von den geilen Ferkeln. Und die Krone. Wirklich. Schaut an. Das sind wirklich sehr schöne Stücke. Mager. Mal ein bisschen mit Fett. Für 6,50 Euro. Rindfleisch. Das falsche Filet. 9,99 Euro. So. Und dann haben wir auf die Dramus. Kommt die Brust rein dran. 6,99 Euro. Die Brust für 6,99 Euro. Aber ihr wisst. Und die schicken Knacker. Ist immer eine so eine Brust. In Euro sind 10 Stück drin. Wunderbar. So ein Paket. Also. Ja. Sehr schöne Schweinefilet. Auch im TK. Wirklich. Kein Fett dran. Die Spitzen. Also Osternsache. Ich kann kommen. Denkt an die bunten Eier. Das ist richtig was Feines. Alles klar. Dankeschön. Liebe Kunden. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir hoffen, wir sehen uns hier im Markt. Genau. Bis zum Tage. Ach so. Unsere Öffnungszeit noch mal ganz zum Schluss. Freitag haben wir geschlossen. Ist klar. Aber Donnerstag sind wir bis 18 Uhr hier. Morgen sind wir bis 18 Uhr. Und Samstag auch. Alles klar. Wir melden uns nochmal. Kann kommen. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.